Was geht, Freunde der Außenwelt? Wir switchen rüber und let's rock! Zelt, Kinderzimmer, Schlafzimmer, Dreamzelte, Indoorzelt, Dreamtance, Kinderschlafzimmer, Dekoration, Dinosaurier. Farbe, Monde des Dinosaurus. Farbe, Monde des Dinosaurus. Alles klar, Alter. Super. Die Beschreibung war ja schon geil. Au, die Farbe ist ja der Hit. Fantasiespielzelt. Ein umstritten rohes Traumzelt. Das gehört, Kind erlaubt, sich eines Nickerchens. Oder gehört, zu gehören und gehört, gehört ein wunderbarer privater Raum für die Kinder. Einfach zu installieren und aufzubewahren Traumzelte. Dies ist ein magisches Aufstellzelt, das in der Qualität ist und mit dem Bett verbunden werden kann. Um sie zu lagern, falten Sie, Sie, Sie ein... Einfach... Schämst du dich immer noch für Winterkleidung? Wie wäre es mit einem schlechten Haartag? Perfektes Schlüsselloch für ihren Her... Schlechten Haartag, aber überall Netze. Das sieht man ja überhaupt nicht. ...schwanz sogar für Männerbrötchen geeignet. Was sind denn Männerbrötchen? Die ist es nicht so für sich, Raffo, die sind gar fahrend. Wenn Sie trainieren oder trainieren, lange Haare können die Aufmerksamkeit leicht stören. Tragen Sie diese Baseballkappe für ein sportliches Erlebnis. Oder... Lange Haare können die Aufmerksamkeit stören. So wie diese Frau auf dem Bild. Schwester-Style. Mehrere gute Schwestern gehen zusammen aus. Dieselbe Baseballmütze. Es wird eine wunderschöne Landschaft für Sie. Sie haben überhaupt keine Baseballmütze mehr. Vier Jahreszeiten. Wenn Sie nicht Pferdeschwanz wollen, ist das egal. Gib dir die gleiche Schönheit. Das ist eine vollkommen andere Mütze. Eine Frau trägt wirklich eine Baseballmütze. Aber eine andere? Die ist definitiv nicht gephotoshoppt. Flugzeug, Flugzeug, Flugzeug. Angenehmes und weiches. Flugzeug, Flugzeug, Flugzeug. Tragegefühl durch die angenehme. Die... was? Was? Die angenehme was? Flugzeug, Flugzeug, Flugzeug. Stil. Lässig Sport, Hip-Hop lässig, leicht, weich. Zu allem kombinierbar. Sie bleiben nach dem Waschen schön gewaschen. Platz... Was ist das? Das ist ein Ninja Outfit, alter. Pets Lederoptik ist sehr praktisch. Nicht nur schützt den Tisch oder Möbär vor Hitzekratzern und Verschmutzung, sondern als Deko für unser Hause. Ach... Ey, ich sag euch, ich hatte mal einen Lederstuhl früher. Ja, gut, ihr kennt es ja noch aus Videos. Und ich sag euch eins, nie wieder Lederstuhl. Im Winter zu kalt... Gut, das geht, man hat ja im Winter... Na gut, ich hab im Winter auch eine kurze Hose an. Und wenn man dann unten mit den... Wie heißt das? Bei den Knie, die Beuge? Knie? Die... Wie hier bei den Ellenbogen das? Ach, keine Ahnung. Und wenn man dann an den Stuhl kommt, ist es mal eiskalt. Und im Winter schwitzt du dir... Äh, im Winter. Im Sommer schwitzt du dir einfach den Arsch weg. Achtung. Das neue Produkt hat möglicherweise einen gewissen Geschmach. Hä? Deko mit Geschmack, merk ich jetzt nicht. Die Sets bestehen aus PU-Leder. Nicht wichtige Leder. Bitte Achtung. Unser Schutz alle schützen und lieben Tiere. Bitte machen keine Sorge. Die Sets sind sehr umweltschädlich. Kann Leid sein... Die Sets sind sehr umweltschädlich. Genau das braucht die Welt. ... verwenden. Hochwertiges Qualität. Extrem pflegeleicht. Abwischbar und Wasser sprühen. Nicht lange Zeit. Küche. Büro. Restaurants. Hause. Bestes. Ich nehme das Ding mit ins Restaurant. Genau. Wer würde es nicht tun? Schenk. Hochwertige Qualität und Qualitätssicherung. Unser recycelte Tischset ist durch strenger Qualitätskontrolle. Wenn Sie irgendeine Fragen haben oder defekt sind, bitte, bitte kontaktieren Sie sich gerne an uns. Wir. Wie? Ich soll mich an Sie... Kontaktieren Sie sich an uns, wenn ich defekt bin? Ich probier's mal. Müssen wir dafür verantwortlich sein. Das war total bescheuert. Ich glaub, das war's Krankeste bis jetzt, was wir hatten, Alter. Das war cool. Ich hoffe, euch hat das Video so gefallen wie wir. Dissende verabschieden mich und bin damit raus. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.